So Freunde der Sonne, ich grüße euch ganz herzlich aus dem Hafen in Bangsal. Das ist im Süd, äh gar nicht wahr, im Nordwesten von Lombok. Hier ist natürlich astreiniges Gewusel, erstmal über Stoff und Stein hierher gefahren, mit Auto die ganze Zeit gewackelt, siebenmal tausend Tote gestorben, es ist eine Million Grad. Und was macht man dann, wenn man eine Million Grad hat und einem richtig derbe, derbe warm ist? Man tankt Energie und zwar mit dem Getränk der Getränke, mit Parcari Sweat, mehr geht einfach nicht Freunde. Und ich werde mir jetzt den ersten Schluck seit, seit der Professor, damals bei der Sommeraufnahme im Park, mir diese Flasche gegeben hat, den werde ich mir jetzt genehmigen und ihr seid live dabei, weil es einfach so geil erfrischend ist, weil ich muss natürlich praktischerweise, oh, warte mal, guck mal Regenwolke, vielleicht brauche ich gar keinen Parcari Sweat, sondern ich werde gleich selber nass, mal gucken. So, ich mach's mal auf hier. Jetzt wird es angesetzt, ist einfach geil. Ist immer noch so lecker wie am ersten Tag, als hätte ich, als hätte mein Körper danach gestrebt, jahrelang darauf zu warten, genau dieses geile Tränk zu nehmen. Also, das ist Parcari Sweat und hier sind die Zuschauer, ich finde es auch gut. Siehste, sag ich doch, Parcari Sweat, Beste, mehr geht einfach nicht. Ciao, ciao. Vielen Dank.